Warum die Zeiten der Arbeitslosigkeit ohne Leistungsbezug nicht als Wartezeit für eine Altersrente für langjährig Versicherte anerkannt werden. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Aktuell haben wir wieder eine neue Anfrage reinbekommen bei Rentenbescheid24. Der Fragesteller hat einen Versicherungsverlauf von der Deutschen Rentenversicherung erhalten und festgestellt, dass die Zeiten der Arbeitslosigkeit ohne Leistungsbezug nicht für die Wartezeit der 35 Jahre für eine Altersrente für langjährig Versicherte anerkannt werden. Obwohl er regelmäßig bei der Bundesagentur für Arbeit vorstellig war und sich dort auch entsprechend gemeldet hat und auch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stand. Das hat er dann moniert und hat der Deutschen Rentenversicherung geschrieben. Die Deutsche Rentenversicherung teilte also mit, dass die Arbeitslosigkeitszeiten ohne Leistungsbezug für ein Jahr nicht auf die Wartezeit der 35 Jahre angerechnet werden, weil er zuvor selbstständig war. Und jetzt möchte er von uns wissen, ist das rechtens? Ja, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ja, grundsätzlich ist es so, dass Anrechnungszeiten, das sind Zeiten, für die man keine Beiträge gezahlt hat, auf die Wartezeit der 35 Jahre angerechnet werden. Also zum Beispiel ein klassischer Fall der Anrechnungszeit ist die Zurechnungszeit oder bestimmte Leistungszeiträume für die Arbeitslosigkeit mit oder ohne Leistungsbezug. Und da gibt es entsprechende Tabellen, das kann man im Internet nachlesen. Und da sagt dann die Deutsche Rentenversicherung, was als Anrechnungszeit anerkannt wird oder was sogar eine Pflichtbeitragszeit ist oder was eben nicht als Anrechnungszeit anerkannt wird. Und auf die 35 Jahre Wartezeit werden im Rentenrecht de facto alle rentenrechtlichen Zeiten anerkannt. So, und in unserem Fall ist es einfach so, dass die Meldung bei der Bundesagentur für Arbeit als arbeitssuchend, aber ohne Entgelt, also ohne Leistungsbezug, immer dann anzurechnen ist, wenn der Betreffende dies zwischen dem 17. und dem 25. Lebensjahr gemacht hat. Dann spielt es keine Rolle, ob er zuvor eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oder eine versicherungspflichtige Tätigkeit als Selbstständiger hatte. So sagt es zumindest das Gesetz. Das gilt seit dem Jahr 2002. Wenn aber der Versicherte über 25 Jahre alt ist und leistungssuchend ohne Leistungsbezug bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet ist und auch sonst alle Voraussetzungen erfüllt, aber vorher keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oder Tätigkeit als Selbstständiger, die auch rentenversicherungspflichtig ist, hatte und damit durch die Arbeitslosigkeit ohne Leistungsbezug diese Tätigkeit nicht unterbrochen worden ist, dann werden diese Zeiten grundsätzlich nicht als Anrechnungszeiten anerkannt. Und damit werden sie auch nicht als Wartezeiten für die Altersrente für langjährig Versicherte anerkannt. Das ist das eine. Und das andere ist ja die Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit den 45 Jahren Wartezeit. Da werden Anrechnungszeiten überhaupt nicht anerkannt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Hopp.